Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Coding. Woher kommt Innovation? Für Ingenieure ist es oft der Fall, dass wir keine geeignete Lösung für ein Problem finden, mit dem wir konfrontiert sind. Zum Beispiel möchte man lernen, Leichtflugzeug zu fliegen. Um die Kosten hierfür in Grenzen zu halten, wäre es ideal, mit einem Flugsimulator am PC zu üben. Aber du findest keine Eingabegeräte, die für deine Bedürfnisse geeignet sind. Sofort kommt dann der Gedanke, dann baue ich mir selber eins. Aber soll es bei einem Prototo bleiben oder wagt man es, das neue Gerät an die Masse zu verkaufen? Ingenieure sind gut darin, innovative Lösungen zu Problemen zu finden. Das heißt aber längst nicht, dass wir basierend darauf eine Firma gründen können. Man muss andere davon überzeugen, die Erfindung zu kaufen und in ausreichenden Mengen, damit wir davon leben können. Einer, der es gewagt hat, ist Felix von Plewer. Er kombiniert seine Erfahrung als Maschinenbauer in der Luftfahrtindustrie mit seinem Hobby, Leichtflugzeug zu fliegen, um ein elektronisches Eingabegerät für Flugsimulatoren zu bauen und ist heute zu Gast bei mir. Hallo Felix und herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Hallo Stuart, freut mich, dass ich hier sein kann. Ebenfalls. So, ich wollte zuerst anfangen, über deine Karrierelaufbahn etwas mehr zu lernen. Wie bist du in diesem Geschäft einfach eingerutscht? Ja, das hat eine gewisse Vorgeschichte. Also ich bin Maschinenbauingenieur. Ich habe Luft- und Raumfahrt vertieft dann im Anschluss und bin dann so Stück für Stück ins Fliegen gekommen. Ich habe in Karlsruhe promoviert. Da gibt es einen sehr, sehr guten Fliegerverein, wo ich da mal reingeschnuppert habe und dann geschaut habe, wie das so ist. Ich habe dann meine Pilotendizenz da gemacht und festgestellt, dass mich das also nicht nur interessiert, sondern wirklich fasziniert. Das war ganz, ganz toll. Hätte ich das gewusst, ich glaube, ich hätte das viel früher machen sollen und mich auch verschulden können. Also das war wirklich klasse. Und ich hatte dann eigentlich nie Ambitionen, das irgendwie auf die Art und Weise als Unternehmer zu meinem Beruf zu machen. Ich bin nach der Promotion in eine andere Gründung reingestolpert. Da ging es um Gebäudekühlung und Klimatisierung. Das hat am Ende nicht funktioniert, wie viele Startups dieser Art. War aber total lehrreich und ich habe da irgendwie viel mitgenommen, was dann später auch nochmal nützlich war. Ich habe dann eine Zeitlang für ein Triebwerksunternehmen gearbeitet. Also das, was ich eigentlich in meiner Promotion auch gemacht habe und habe dann immer weiter verfolgt, das Fliegen. Habe dann die Instrumentenflugberechtigung gemacht, also Fliegen ohne Sicht nach draußen. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, auch Flugsimulationen als Werkzeug zu nutzen und da Flüge vorzubereiten. Habe aber nicht so richtig das gefunden, was ich gebraucht habe, um das wirklich effizient zu machen und irgendwie kompakt und bezahlbar vor allen Dingen auch. Und habe dann irgendwann angefangen, einen Prototypen zu entwickeln für ein Gerät, mit dem man das eben kann, dass das macht, was ich suche. Und so kam eins zum anderen und daraus wurde dann die Gründung, die ich im Moment betreibe. Du hast ein bisschen erzählt, wie du zu dem Thema Flugsimilatoren-Eingabegerät gekommen bist, aber woher entstand dann deine Leidenschaft fürs Fliegen? Ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man entweder den Bug gefressen oder nicht. Mich hat es voll erwischt. Das ist irgendwie was, was man so vorher nicht kennt, auch wenn man mal in einem Flugzeug gesessen ist und immer nur zur Seite rausschaut. Das hat nichts mit dem Fliegen von so kleinen Maschinen zu tun. Das ist ein bisschen Type-2-Fun. Also es macht nicht immer Spaß, während man das macht, unbedingt. Da gibt es schon so ein bisschen, ja, Mühsal und so. Aber es ist sehr, sehr befriedigend. Ein bisschen Autofahren, nachdem man es gelernt hat. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Es ist mehr so eine langfristig angelegte Sache und da kommt man irgendwie immer wieder hin zurück. Ja, schön. Ja, so fliegen ist auch nicht als so billiges Hobby bekannt. Ja, so es braucht viele Flugstunden. Natürlich nicht nur Unterrichtsstunden, sondern auch man muss regelmäßig üben. Aber so die Flugsimilatoren heutzutage sind sehr akkurat, sehen sehr realistisch aus. Was für Flugsimilatoren gibt es und inwieweit kann ein Flugsimulator jemand helfen beim Fliegen lernen, wie du es gemacht hast? Ich meine, auch die Profis nutzen Flugsimulationen. Da sind es allerdings ganz andere Preisregionen natürlich. Inzwischen gibt es PC-basiert wirklich gute Lösungen. Also Microsoft macht wieder den Flight Simulator seit ein paar Jahren und X-Plane ist so der große Konkurrent oder das andere Produkt. Und die bieten inzwischen sowohl eben für den Sichtflug sehr, sehr gute Lösungen und sehr gute Simulationen, aber eben auch für Instrumentenflug. Und das ist relativ zugänglich. Also es braucht schon einen leistungsstarken Rechner dafür. Oder zumindest wird man den irgendwann sich besorgen, wenn man das verfolgt. Sonst braucht man da eigentlich nicht wirklich viel. Und es geht auch nicht immer nur darum, echte Flüge zu ersetzen. Man kann auch Dinge trainieren, also gerade Motorausfall oder Brand im Cockpit, die man in der Realität nie haben will. Das ist der große Vorteil. Genau. Diese Notfälle dann im Endeffekt. Und was, also das gerade erwähnt, brauchst du einen leistungsfähigen Rechner, gute Bildschirm auch dazu, aber was für Eingabegeräte ist die, was ist die minimale Ausstattung von Eingabegeräten, um es zu steuern? Und wo sind dann die, ja die Problematiken einer realistischen, ein realistisches Steuerungsgefühl damit zu erzeugen? Also ich denke, der Anfang geht gut, wenn man einfach einen Joystick oder ein Steuerhorn hat. Das reicht schon. Je nachdem, wo man damit hin will. Also es gibt eine große Menge der Flugsimulationsleute, die wollen so ein bisschen das Cockpit-Feeling haben. Da kann man sich austoben und wirklich sehr viel Geld investieren, bis man also das Airbus Cockpit zu Hause hat. Wenn man das eher nutzen will, um wirklich zu trainieren und dann so die nächste Stufe, also die Instrumenten, Flugberechtigung, um sowas zu machen, dann geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Also da bieten wir ja eine Lösung an. Das ist mehr so der Ansatz, ich habe alles in einem Gerät. Aber es gibt auch Anbieter, die machen dann, also jedes Instrument aus dem Flugzeug kann ich mir eins zu eins zu Hause auch dann hinstellen. Und ich habe ein paar Videos im Internet angeschaut und auch von dir und von Leuten, die dein Eingabegerät ausprobiert haben. Aber ohne, ja mit nur Joystick und Maus, es scheint sehr umständlich zu sein, diese ganzen Instrumente zu steuern und so weiter. Steht es dann im Wege, wenn man versucht, dann alles einzustellen. Ja, also am Ende ist es ja ein Human-Machine-Interface. Also man braucht irgendwas, womit man schnell Eingaben tätigen kann. Und das Mindeste, was man haben sollte, ist die gleiche Hemmschwelle wie im echten Flugzeug. Wenn das umständlicher wird, dann trainiert man am Ende seine Fähigkeit, mit der Maus schnell zu klicken und sowas zu machen. Das ist ein Skill, der ist jetzt so nicht weiter sinnvoll in der Realität. Und da braucht man dann eben was Besseres. Ja, genau. So, wenn man zum Beispiel entscheidet, okay, so Joystick und Maus ist nicht mehr ausreichend für mich. Wo geht die Reise hin mit Eingabegeräten und so weiter? Was kann man dann kaufen und was kostet es ungefähr, um diese etwas realistische Human-Machine-Interface anzuschaffen? Also der klassische Weg ist, sich wirklich dann so ein Panel zu bauen, was vielleicht das Flugzeug nachbildet, was man in seinem Verein hat oder was man vielleicht selber besitzt, wenn man das Glück hat. Das ist dann relativ statisch, aber das ist natürlich das, was so das realistischste Training ist für das Muscle Memory. Also wo sind die Geräte im Cockpit, wo greife ich hin? Was wir mit unserem Produkt verfolgen, ist ein bisschen was anderes. Also wir haben gesagt, dieser zweiachsige Drehregler, den man an vielen Geräten hat, also an den Funkgeräten, am Navi und so. Das ist das, was man eigentlich in der Hand braucht und der Rest ist nicht mehr so wesentlich. Und dann bietet sich dieses Gerät eben an, weil ich da nahezu gleich schnell die Eingaben tätigen kann, aber eben nicht das ganze, die ganze Gerätschaft habe, ich habe das nicht rumstehen. Nicht jeder hat unbedingt einen Platz, wo er sowas permanent aufbewahren will oder kann. So in einem Club, wo dieses Gerät zur Verfügung steht, so wie schaut es aus, was kostet sowas und wie leicht ist es daran zu kommen? Es ist ständig ausgebucht zum Beispiel. Also tatsächlich irgendwo, wo so ein kompletter Simulator steht in Vereinen, das gibt es relativ selten. Man braucht halt den Computer, muss jeder entscheiden, wie weit man da geht. Aber ich denke mit 2.000 Euro ist man da dabei. Die Eingabegeräte sind einfach, weil das so das Ding ist, was jeder kauft, auch inzwischen relativ günstig. Also vielleicht 200 Euro ist man wirklich sehr gut ausgestattet. Und also jetzt der Nachbau von dem Cockpit, von dem Panel, den es am Anfang nicht braucht, aber den man vielleicht will, würde ich mal schätzen irgendwo zwischen 1.000 und 3.000 Euro ist so die Kategorie. Und was wir eben verfolgen, mit unserem Gerät ist man dann mit 180 Euro dabei, hat natürlich nicht die gleiche Vollständigkeit in dem Cockpit. Genau, kommt aber nah genug dann. Ich denke schon. Also ich habe dann ja wie gesagt irgendwann meine Instrumentenflugberechtigung gemacht und und also der erste Flug, da konnte ich dann schon funken und navigieren und fliegen. Das war auf jeden Fall eine adäquate Vorbereitung dafür. Du bist gerade in diesem Lernprozess, wie kann ich fliegen lernen und ich gehe davon aus der Geprüfung und so weiter, wie kann ich mich ausreichend dafür vorbereiten, ohne für mehr Flugstunden zu zahlen. Wann kam dann bei dir dieser sicherlich kann es doch etwas besseres Bauen-Moment? Ja, also das war zu Anfang von dieser Instrumentenfliegerei. Ich hatte da noch gar nicht irgendwie einen Kurs angefangen, aber man tastet sich ja so ein bisschen ran. Und eigentlich kam das, als ich einfach nur einen Prototypen zusammengebaut habe. Also es war mit einem Arduino, so zwei einzelnen Drehencodern, habe ich einfach mal versucht, ein Instrument damit zu steuern. Und ich habe das gleich gemerkt. Also man nimmt einfach alle paar Sekunden eine Hemmschwelle raus und auf einmal ist der Fluss da. Man kann sich auf das eigentliche Fliegen konzentrieren. Und da war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das will ich mal verfolgen. Ich habe nicht gleich gesagt, ich gründe eine Firma zu und mache das zu meiner Vollzeit-Tätigkeit. Aber da hat das so angefangen und dann kam das so peu à peu. Also da waren immer so Etappen da, die zum Glück, wo es dann weiter ging. Und da bin ich hingeschleddert, wo ich jetzt bin. Ja, am Anfang hast du uns auch erzählt, dass du Maschinenbauer bist. Das heißt, dass du nicht Elektronik vielleicht studiert hast. Wie hast du dann mit der Entwicklung von deinen Geräten angefangen? Du hast schon vom Arduino gesprochen. Wie bist du dann eingestiegen und wo hast du die nötige Kompetenzen und Hintergrundinformationen gesammelt? Ich hatte das große Glück, in der Schule ein Jahr lang in England gewesen zu sein, wo man ja dann irgendwann nur noch vier Fächer hat. Eines davon, ich hatte Design & Technology, Mathe, Physik und Chemie. War das recht intensiv. Und die hatten eine Elektronikwerkstatt. Acht Stunden die Woche konnte man da irgendwelche Dinge machen für sein Jahresprojekt, womit man dann auch seine Noten bekommt. Und das war so, dadurch hatte ich schon so ein gewisses Vorwissen, habe das immer ein bisschen verfolgt, aber halt auf Autodidakten-Ebene. Also wahrscheinlich ein studierter Elektrotechniker würde den Kopf schütteln, aber es hat gereicht für die Prototypen, um damit relativ weit zu kommen. Irgendwann wurden dann Profis notwendig, die ich da hinzugeholt habe. Genau. Und wie war es bei dir bei dieser früher Phase der Entwicklung? Konntest du relativ einfach Antworten auf deine Fragen finden und Unterstützung finden oder was sehr viel alleine sitzen und Internetrecherche machen? Ja, also es gibt ja wirklich ziemlich viel so im allgemeinen Elektronikbereich, gerade wenn man irgendwie in Arduino unterwegs ist, da USB hinzuzufügen, indem man die richtigen Libraries findet. Das ist ja inzwischen viel, viel einfacher. Ich habe etwas Ähnliches mal gemacht oder angefangen vor zehn Jahren. Da war es noch schwieriger. Also es wird immer besser, würde ich sagen, in dem Bereich. Aber gerade so in diesem Simulator, in diesem Bereich gibt es halt viele Enthusiasten, die so ein bisschen die Affinität zur Elektronik haben und da gibt es unglaublich viel Wissen, was man finden kann. Genau. Bei USB ist das ein relativ komplexer Schnittsteller. Es ist echt schwierig, ein USB-Gerät zu bauen, aus dem Grund, dass wenn der Elektronik läuft, wenn der Mikrocontroller läuft, muss der Rechner gleichzeitig laufen und wenn du das unterbrichst oder irgendwas, dann unterbrichst du dann die Verbindung zwischen den beiden Seiten. Wie bist du damit klargekommen? Ja, das war ein bisschen haarig tatsächlich. Also einfach nur ein USB-Gerät zu starten, geht ja noch. Oft ist da ja irgendwo dann ein serieller Teil dazwischen. In dem Fall, also unser Gerät ist tatsächlich ein HID und auf dem Controller läuft, das unterstützt USB-Nativ. sich da durchzuwühlen durch die, wie baue ich so ein Deskriptor und so ein Report auf, da wird es ein bisschen dünn. Ich glaube auch, weil die Firmen, die USB-Endgeräte herstellen, sind halt meistens die ganz, ganz großen. Dieses Zwischensegment des Bastlers, der irgendwie so ein One-off macht, ist da dünn gesät. Das war Fleißarbeit. Also das hat auch wirklich lange nicht gut funktioniert. Inzwischen sind wir an einem Punkt, wo es wirklich sehr, sehr stabil ist. Das ist HID, das ist HID oder Human Interface Device. Ich glaube ja. Genau. Das ist so eine Basis, so Schnittstelle oder sagen wir Treiber für alle Eingabegeräte, für Joysticks, für Mäuse, Tastaturen und so weiter. Müsst du dann auch ein eigener Treiber zur Verfügung stellen oder musst du nur so beschreiben, was alle Tasten, was alle Knöpfe tun? Wir nutzen da komplett den HID-Standard. Also nichts da drin ist irgendwie nonstandard und bräuchten Treiber. Also ist auch Betriebssystem unabhängig dadurch. Die Flugsimulatoren sind eben auf Mac, Linux und Windows. Deshalb war das notwendig. Von diesem gesamten Standard werden, glaube ich, nur ganz wenige Dinge immer wieder verwendet. Ein Element, was wir verwenden, zum Vorteil und zum Nachteil, ist so ein bisschen kurios da drin. Also gerade um die Inkremente von dem Drehgeber zu erfassen, das sind keine Tastendrücke bei uns, wie das viele andere machen. Das sind wirklich Inkremente, was dazu führt, dass keine Eingaben verloren gehen in dem Input. Das ist gerade beim Fliegen wichtig. Also wenn man 10 Grad nach rechts dreht, will man 10 Grad auf dem PC haben. Das führt dazu, dass wir eine Bridge-Software brauchen zwischen dem Simulator und unserem Gerät. Was aber einigermaßen stemmbar war. Also der Plan, wie es herauskristallisiert hat in unserem Gespräch, war nicht nur eine Platine zu bauen, mit ein paar Encoder draufgelötet und so weiter. Du wolltest tatsächlich ein komplettes Produkt bauen und entwickeln. Das umfasst viele Elemente. Das ist eine Platine, das Mikrocontroller muss programmiert werden, die Schnittstelle zu PC und auf der PC-Seite muss Software oder zumindest irgendwas vorbereitet sein. Und dann hast du ein Gehäuse, der Knopf muss auch fast ein richtiges Gefühl haben beim Drehen und so weiter. Was für dich war die größte Herausforderung bei der Entwicklung dieser ersten Prototypen? Also zum Prototypen, der sah so aus wie ein Faxgerät aus den 80ern. Da waren einige Herausforderungen noch nicht da. Also Ästhetik wäre eine davon. Und dass es halt irgendwie so gebaut ist, dass man das auch in Serie hinkriegt. Das war 3D gedruckt. Da musste ganz schön viel gefeilt werden, bis eine überhaupt zusammenpasst. Das war natürlich einfacher. Irgendwann war die größte Herausforderung die Vielfalt der Themen, wie du es ja ansprichst, und auszuwählen, welche man outsourcet. Und das ging dann nur dadurch, dass wir die Kickstarter-Kampagne gemacht haben. Und dann auch die Mittel hatten, Leute noch dazu zu holen, die wissen, was sie tun. Super. Also eine Kickstarter-Kampagne kommen wir gleich. Aber wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank für die bisherigen Einsichten. Wir kommen gleich zu dir zurück. Sehr gut. Jetzt kommt unsere regelmäßige Rubrik auf eine Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Die ersten Computer waren nicht besonders benutzerfreundlich. Um neue Präferiegeräte anzuschließen, musste man den Deckel abschrauben, eine Einsteckkarte einschieben und eine passende Software-Treibe installieren. Dies war viel zu umständlich für normale Nutzer. Aber es gab einen Ingenieur bei Intel, A.J. Barth, der überzeugt davon war, dass es einfacher gehen könnte. In den frühen 90er Jahren war er auch von der Komplexität von Computer-Upgrades frustriert. Er formte zusammen mit Bala Kadambi und Jim Pappas eine Arbeitsgruppe, die eine neue, einfache Serial-Plug & Play-Schnittstelle für PCs entwickeln würde. Über ein paar Jahre hinweg entwickelte das Team die technischen Anforderungen und überzeugte andere Firmen wie Compaq, IBM, Deckel und Microsoft davon, sich an dem Projekt zu beteiligen. Das Universal Serial Bus oder USB ist auf dem Fachmesser Comdex in 1998 veröffentlicht worden. Um die Funktionalität der neuen Serial-Schnittstelle zu beweisen, schloss das Team die maximale Anzahl von Geräten, nämlich 127, über USB an einem Rechner an. Fast 30 Jahre später ist USB nicht nur die de facto Schnittstelle für PCs, Tablets und Smartphones. Sie dient auch als Lade- und Stromanschluss und ist nicht mehr wegzudenken. So, Felix, mit wem fühlst du dich auf gleichem Wellenlänge? Ja, ich gehe ein paar Jahre weiter zurück und sage Heinrich Herz. Was mich da in der Geschichte total beeindruckt ist, Er hat erstmalig elektromagnetische Wellen überhaupt nachgewiesen und gezeigt, dass es existiert, so wie in der Theorie vorhergesagt wurde. Und da ist auch eine ziemliche Engineering-Leistung hinter. Also diesen Versuchsaufbau, das hat er, so wie ich das verstehe, alles selber entwickelt, alles selber zusammengebaut und dann in seinem Kämmerchen in Karlsruhe das gezeigt. Und das ist irgendwie, von da ging alles los. Jetzt hat ja jeder Küchenquirl irgendwie eine Funkverbindung. Genau. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und das wird auch wenig beleuchtet. Also in Karlsruhe, wenn man heute um dieses Gebäude rumgeht, da gibt es eine Büste und sonst nichts. Wenn das in den USA wäre, stünde da das Heinrich-Herz-Museum. Genau. Ja, da müssen wir besser werden, oder? Vielleicht, ja. Super, dann vielen Dank für deine Auswahl. Und ich glaube, viele unserer Zuschauer werden es auch zustimmen. Jetzt geht es weiter mit dem Thema die Entwicklung von Eingabegeräten für Flugsimilatoren. So, zu welchem Zeitpunkt, Felix, hast du dann entschieden, dein neues Eingabegerät als Produkt zu verkaufen? Wann war es dir klar, jetzt könnte es etwas werden? Das ist interessant. Also es ging immer so Stück für Stück. Es gab nicht so den, bis dahin nicht den einsteigenden Moment. Ich wusste dann, dass andere davon auch profitieren könnten. Ich habe das einem Kumpel gegeben, der viele Simulationen macht. Der war begeistert. Und ich dachte, okay, eine Kickstarter-Kampagne wäre gut. Und habe dann so wochenlang so im Kämmerchen daran rumgestrickt. Aber da ist nicht viel passiert. Ich habe dann irgendwann gehört von einem Förderprogramm der Stadt München, die die Kosten für eine Videoproduktion oder generell Medien für so eine Kampagne unterstützt. Mit damals sogar drei Viertel der Kosten. Okay. Habe mich da beworben und habe das gewährt bekommen. Und man unterzeichnet dann ein gewisses Vertragswerk und dachte, okay, jetzt muss ich das auch machen. Und das konkretisiert die Sache dann auf einmal. Weil man muss ein bisschen was investieren. Man erzeugt dann so ein Video, was ja auch nicht ganz günstig ist. Ja. Und dann hat man irgendwo so ein Asset und sagt, okay, jetzt muss ich das auch. Jetzt muss ich es machen. Ich muss mir ein Datum setzen und das los treten. Ja. Zu diesem Zeitpunkt, du hast es schon auf Kickstarter gehabt, das Projekt. Das war davor. Das war kurz davor. Ja. Aber für dich war Kickstarter dann klar, den Weg zu gehen, um Interesse aufzubauen und um abzutasten, ob ein Markt tatsächlich da war. Ja, Interesse aufbauen ist eine Sache. Vor allen Dingen aber mir war irgendwie klar, dass 3D gedruckt und irgendwie als Kleinstserie wird es nicht das, was ich eigentlich haben will. Also ich wollte ein Spritzguss, gegossenes Gehäuse, eine Silikontastatur. Und das bedeutet einfach zwangsläufig Upfront-Kosten, ein Investment und da ist Crowdfunding das einzig wirklich sinnvolle. Genau. In jedem Fall. Aber reicht es dann aus, wenn man nur auf Kickstarter-Plattformen das Produkt bewirbt oder muss man, ja, etwas breiter sich das so abtasten, um zu sehen, ob ein Markt tatsächlich da ist und ob Leute bereit sind, es zu kaufen? Ich glaube, das ist ein großer Irrtum, dass man auf Kickstarter seine Kunden findet. Das sieht man immer wieder, dass Projekte, die sind eigentlich spannend, aber die schaffen ihr Finanzierungsziel nicht. Ich würde sogar sagen, das meiste für so eine Kampagne passiert davor. Auch da ist es irgendwie so, es gibt ganz viel Wissen im Internet, das braucht man gar niemandem anzusprechen, das findet man einfach, man kann es ergoogeln. Und wenn man sich da an die vier, fünf wesentlichen Dinge hält, erhöht man seine Chancen um ein Vielfaches. Also, was ich dann irgendwann gemacht habe, ist eine einfache Landingpage zu bauen, die einfach nur zeigt, was die Idee ist. In der Flugsimulation, so die Kernkunden, die verstehen mit einem Bild, was ich da vorhabe. Und so war es dann auch. Wenn ich die auf die Landingpage bekommen habe, dann haben die sich angemeldet für den Newsletter, ein paar haben geschrieben. Daraus kommen dann auch teilweise Konversationen, wo jemand sagt, mach doch das noch anders. Das ist auch noch Input zum Produkt, bevor man überhaupt das Risiko von dieser Kampagne hat. Und wir hatten dann an dem Starttag, an dem Launch Day, genaue Zahl vergessen, aber so vier, fünfhundert Leute, die auf Kickstarter sich die Erinnerung gesetzt haben. Und das hat dann dazu geführt, dass wir unser Funding-Ziel nach drei Stunden erreicht haben. Weil eben diese Supporter der ersten Stunde, die wussten einfach schon, dass sie das haben wollen. Wir haben die natürlich auch so ein bisschen heiß drauf gemacht, ein bisschen vermarktet. Und man sieht das dann auch in der Statistik von Kickstarter. Also es gibt schon organische oder Leute, die sind über die Plattformen gekommen. Aber das macht dann vielleicht zehn, 15 Prozent aus. Die anderen hatten wir vorher. Ja. Aber das Ingenieur ist manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man auch auf sowas sich konzentrieren muss. Und das lenkt man ein bisschen davon ab, was man tatsächlich erreichen möchte. Ja, das ist ein Produkt, was du erstellen möchtest. Es gibt technische Probleme zu lösen. Ja, der Spitzguss-Form muss erledigt werden. Alle diese Software müssen geschrieben werden. Und dann plötzlich bist du auch für Newsletter, Kommunikation, Webseite zuständig, Video drehen, Partner finden und so weiter. Hast du dann alles alleine gemacht oder musst du dich auch an anderen wenden, um dich ein bisschen da zu helfen? Ja, also da gibt es ganz viele Beitragende. Gerade so, was die letztendliche Ästhetik von dem Produkt angeht. Also auf der Kickstarter-Kampagne, die immer noch einsehbar ist, sieht man, wie die Prototypen aussehen und wie der Sprung dazu ist. Mirko Kiesel ist mein Industriedesigner, der für mich das Design gemacht hat. Das ging weit über das hinaus, dass es einfach optisch ansprechend ist. Also, dass das Gerät ziemlich dünn ist. Das war sein Input. Ich habe erst gesagt, das geht nicht. Da ist Elektronik drin und Schalter und so. Das gehe ich gar nicht so hin. Das war so ein Element, wo eine Sicht von außen eigentlich zeigt, dass man gerade selber nicht die beste Lösung sucht, sondern die, die mit dem geringsten Widerstand geht. Und das war sehr, sehr sinnvoll. Das Kampagnenvideo, was wir da hatten, das war auch ein ganz wesentliches Element. Das hat den ganzen Boost gegeben. Und ja, die Liste ist lang, der Beitrag dahinter. Du hast gerade erwähnt, dass es für Kickstarters wichtig war, ein Video zu haben. Das ist auch eine große Herausforderung, womit viele gar nichts zu tun haben. Du kannst nicht einfach vor dem Handy stehen und irgendwas drehen. Wie bist du in so ein Drehbuch gekommen? Hast du auch dort Hilfe gehabt? Ja, das war ganz lustig. Durch diese Förderung kam es überhaupt dazu, dass ich Profis engagieren konnte. Das sieht man auch in der Kampagne. Miro Media ist die Firma. Und die meisten machen ja irgendwie was Selbstgezimmertes. Und man meint ja, okay, how hard can it be? Und ich glaube, das kann man schon machen. Aber irgendwo braucht es ja für ein Projekt, wo ich mein Geld heute gebe und die versprechen mir, dass sie in drei Monaten ein Produkt schicken, was sie erst noch entwickeln müssen, braucht es ja irgendwie eine gewisse Seriosität. Und ich glaube, das kann man durch so ein Video erreichen. Und das ist auch keine Augenwischerei. Weil das ist ja irgendwie ein Zeichen, dass man das ernsthaft jetzt angeht. Und ich habe mir überlegt, was ich so für Inhalte da drin haben will. Ich habe mir so ein Skript überlegt. Dann haben wir das auch so gedreht. Die Filme waren da sehr geduldig mit mir. Und am Ende haben wir, glaube ich, nichts von diesen Takes verwendet, weil wir danach einfach ein Interview gemacht haben. Und dann habe ich halt wirklich erzählt, worum es geht, was wichtig war, was das Ding tut. Und das ist das, was man hören will. Also lesen kann jeder selber. Was vorgelesen ist, konnte ich nicht spannend genug rüberbringen. Und daraus wurde dann was Spontaneres. Und ja, wir haben auch in der Luft Szenen gemacht und am Flugplatz, um so ein bisschen die Stimmung da zu transportieren. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Genau. Und diese Seriosität ist auch ein wichtiger Bestandteil, um neue Kunden oder die zukünftigen Kunden zu überzeugen. Aber es gab ab und zu Probleme auf Kickstarter mit Projekten, die gescheitert sind oder jahrelang hingezogen haben. Also hattest du auch Angst, Kickstarter-Plattformen zu benutzen? Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn man dann sieht, okay, das Funding ist da. Das ist natürlich, also freut man sich natürlich riesig, aber man weiß, okay, jetzt muss ich liefern. Wir haben dann einen Kompromiss natürlich gewählt. Also das Produkt auszuentwickeln, bevor man die Kampagne startet, das kann sich niemand leisten normalerweise. Und dann ist auch die Frage, warum man noch eine Kampagne braucht. Nur mit der Idee und Träumen da reinzugehen, wäre auch fehl am Platz. Und unser Kompromiss war okay. Also es gab dann doch noch relativ viel Entwicklungsaufwand. Gerade der Spritzguss, das kam dann in der ersten Vorserien-Bemusterung nicht so an, wie wir das wollten. Aus drei Monaten wurden sechs. Okay. Was einem natürlich unangenehm ist, aber was wahrscheinlich die meisten, die nicht das erste Mal bei Kickstarter was backen, auch irgendwo ein bisschen erwarten. Ja, und eine Sache, die uns passiert ist, also wir haben einen Tag gehabt, den wir auch angekündigt haben, 8. November 2022, wo wir die Kampagne starten würden. Vorher muss man das alles durch die Kickstarter-Begutachtung schicken. Und die schrieben uns zurück, ja so können wir das nicht machen. Ihr dürft keine Renderings zeigen in eurem Projekt. Es gibt drei wesentliche Regeln, die Kickstarter schreibt. Ich kriege sie nicht mehr zusammen. Aber eins davon ist Do Not Show Rendering CGI. Ja, okay. Das geht gar nicht. Das muss ein Bild als Foto von einem Prototyp sein oder irgendwas. Fotos, genau. Es ist okay, wenn es ganz klar ist, dass es wie so eine Wireframe-Grafik geht, weil dann jeder weiß, okay, das ist nicht das Produkt. Die wollen halt vermeiden, dass Ideen, die man einfach grafisch sehr schön suggeriert, da umgesetzt werden. Und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich auf jeden Fall einen realistischen Prototypen bauen und vielleicht die Nadel noch ein bisschen weiterschieben. Also dass man wirklich sehr genau weiß, die Elektronik war schon irgendwo da, aber zertifiziert war sie noch nicht. Es muss nicht zertifiziert sein, aber vielleicht einmal was gemessen haben mit Abstrahlung und so. Ja. Das wäre schon ganz gut, aber das ist halt das Learning, was man dann beim zweiten Mal hat. Ja. So, dein erstes Produkt, das IFR1, steht hier auf dem Tisch. Kannst du uns ein bisschen durch die Funktionalität führen? Gerne. Gerne. Also, was ich ja vorhin erwähnt habe, ist, das Wichtigste aus meiner Sicht war, dass man diesen zweiachsigen Drehencoder hat. Weil das ist die Eingabemethode für viele, diese viele Instrumente im Flugzeug, oder? Ja, genau. Also zum Beispiel so, was man als erstes als Flugschüler anfasst, sind vielleicht irgendwie Funkgeräte. Das ist dann so, man hat den äußeren Drehregler für die ganzzahligen Frequenzen und den kleineren für die Nachkommastelle. In der Navigation ist das so die Menüführung. Also das ist dann so Chapters mit dem großen Regler, einzelne Menüpunkte mit dem kleinen und das wiederholt sich. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber das findet man immer wieder. Wenn man das durch Scrollen und Klicken macht, geht das unglaublich langsam. Und es ist einfach nicht das, wie man es dann gewohnt ist vom Fliegen. Also das ist da umgesetzt und auch haptisch so, dass es dem wirklich nahe kommt, wie es in der Realität ist. Was wir nicht gemacht haben, in der Realität sind diese Drehregler so ein bisschen grober und mit einem festeren Klick, aber man sitzt halt am Schreibtisch. Man hat keine Gehkräfte, keine Beschleunigung. Deshalb ist das ein bisschen mehr Office-like. Und dann ist die Idee, dass man diese 8 Tasten hier hat, diese 2x4 Tasten, mit denen man vorwählt, welches Instrument man bedient. Also Funkgeräte, wie wir es gerade besprochen haben, oder Navigation, Autopilot, wählt man dann halt vor und dann ist der Drehregler und die Tasten drumherum nehmen sozusagen eine Bedeutung an für dieses Instrument. Was da wichtig ist, also gerade diese Navigationsgeräte, die haben so ihre eigene Buttonology, sagt man. Okay. Und das ist da nachempfunden, auch in dem physischen Layout, wie es im echten Gerät drin ist. Das hilft enorm beim Training. Also da gibt es einen Platzhirsch, wo immer wieder das, also Garmin macht da Navigationsgeräte, das taucht immer wieder auf, auch mit dieser Logik und das kann man da nachempfinden. Ja. Und auch in einem so einem Leichtflugzeug, was ich bisher gesehen habe von den Videos, die ich angeschaut habe. es gibt zwei Radios, zwei Navigationssystemen. Ist es üblich, dass man diese Redundanz auch bei einem kleinen Flugzeug hat? Auf jeden Fall. Also das ist nicht unbedingt Pflicht. Gerade die Flugzeuge, die so ausgerüstet sind, dass man eigentlich nur am Sonntag beim besten Wetter um den Kirchturm fliegen kann, die haben das dann nicht. Aber das beginnt relativ schnell, dass da Redundanzen da sind. Ja. Ja. Du bist hier in Bayern gesiedelt, nicht so weit von wo wir gerade heute drehen. Wie war es mit der Finanzierung und so weiter? Wir haben ein bisschen über die Finanzierung gesprochen, die du für das Videodreh gefunden hast. Aber dann kommt so ein Spritzguss ins Spiel. Was geht davon aus? Mehr als 10.000 Euro kostet in der Regel. Wie sieht die Fördermittellage aus bei uns hier in Bayern und in Deutschland allgemein? Und an wem hast du dich gewendet? Wo hast du Hilfe geholfen? Spannende Frage. Also ich habe tatsächlich ganz am Anfang mich für so eine Art Accelerator-Programm beworben damit. Bin da aber, also das hat gar nicht funktioniert. Ich habe dann auch so eine Feedback-Runde gehabt. Okay. Und da war immer so die Aussage, ja viel zu nischig, funktioniert nicht. Ich glaube viel in der Startup-Szene, da überlegt man, was wird das nächste Unicorn und was bringt einem Investor so den 10x Return? Genau. Also die Idee. Das ist hier einfach anders. Also das ist ein Produkt, das lässt sich bootstrappen. Das wird wahrscheinlich kein Milliarden-Unternehmen daraus. Aber es ist trotzdem eine Sache, die wegen der Nischigkeit sich auf jeden Fall trägt. Also deshalb passt das einfach nicht rein. Diese Förderung der Stadt München, die war sehr, sehr, sehr gut und war so ein bisschen so eine Initialzündung, also diese Kreativförderung. Aber tatsächlich war dann das einzige Fördermittel das Geld aus der Kickstarter-Kampagne. Und daraus ließen sich alle Produktionskosten tragen. Das war, ich dachte eigentlich, also wir haben 240 Prozent des Ziels erreicht. Und ich dachte eigentlich, dass wir mit 100 Prozent die Produktion finanzieren können. Am Ende war es so, dass wir mit 240 Prozent auf null rausgekommen sind. Also da war erstmal so gut wie nichts übrig. Aber es gab die Spitzkostform und das Produkt und weitere Kunden und so. Also das war ein bisschen Glück. Ich glaube, es ist schwierig, so eine Art von Projekt und Unternehmen zu finanzieren. Aber Learning aus dem Startup, was ich davor gegründet habe, diese Angebote, also gerade die Accelerator, man wendet sich an die, weil man sich denkt, okay, ein bisschen Anschubfinanzierung wäre gut. Aber die Inhalte sind eigentlich das Wertvolle. Also es gibt da in München so ein Programm, wo wir eben damals waren. Und gerade so Fragen von, wie stelle ich das rechtlich auf? Wie gründe ich das eigentlich? Wie plane ich da so ein bisschen voraus? Das habe ich alles da mitgenommen und auch IP. Und das ist eigentlich das Sinnvolle. Also ich würde da vielleicht nicht zu sehr schauen auf, wo kriege ich die Euros her, sondern vielleicht, was brauche ich noch für Wissen, um da loszukriegen. Genau. So das Produkt verkaufst du aber nicht selber. Da habe ich bemerkt, du hast einen Partner gefunden, der es verkauft. Es ist häufig üblich, oder man sieht häufig, dass Leute nach so einem Projekt dann das Gerät über seine eigene Webseite verkaufen. Man geht davon aus natürlich, dass es auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. So verpacken, Briefmarker drauf und verschicken und alles, was dazu gehört. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Ja, es ist auf jeden Fall eine Abwägung. Also klar geht das auch. Dann hat man ein weiteres Themengebiet, was man dann selber beackern muss, als mit Ressourcen dünn besetztes Startup. Das ist ein großer Vorteil, wenn mit einem Händler das zu machen. Mit dem Versenden ist es ja auch nicht getan. Also wir haben immer gesagt, okay, was machen wir, wenn Rückläufer da sind? Das kann ja dann zeitaufwendig werden, gerade wenn man das nicht gewohnt ist. All das waren dann Vorteile, weshalb wir einen Händler uns gesucht haben. Aber natürlich auch wieder so ein gewisses Seriositätsding. Also wenn ich da als Marke auftrete, die noch nicht jeder kennt und das läuft über meinen Shop, das ist natürlich, gibt es Fragezeichen. Ja. Das haben wir komplett im Gang, indem wir so einen der größten Händler da gefunden haben. Und ja, was wir nicht wissen konnten, also Rückläufer gibt es so gut wie keine. Also das war eine unbegründete Sorge, aber es ist auf jeden Fall ein guter Partner in der Hand zu haben. Am Anfang des Projekts warst du immer noch beschäftigt als Mitarbeiter bei einer Firma. Und dann hast du dich irgendwann entschieden zu kündigen und Octavi zu gründen, dass die Firma das betreibt und entwickelt. Wann bist du zu dieser Entscheidung gekommen und ist es schwer gefallen? Auch wieder so eine Sache, die sich einfach ergeben hat. Also ich habe einfach über die Zeit gemerkt, dass so Konzern nicht so 100 Prozent mein Lebensziel ist. Und einfach aus dem Grund, wenn man Ideen hat, Sachen umsetzen will, gibt es natürlich viele, mit denen man sich da abstimmen muss. Und es liegt einfach in der Natur der Sache, dass man da nicht so gleichermaßen weiterkommt. Und dann hatte ich das schon nebenbei angefangen. Die Crowdfunding-Kampagne hatte funktioniert. Ich wusste, dass es super viel Aufwand ist, das abzuliefern. Und ich wollte dem einfach auch den bestmöglichen Shot geben, dass man das wirklich hinkriegt. Also das war ja alles andere als gesichert. Und da habe ich mich dazu entschieden gar nicht mal. Das war mir dann irgendwann klar. Da dachte ich, okay, ich muss das jetzt probieren. Ich mache das jetzt mal ausschließlich. Eigentlich auch. Ich dachte, ich mache es mir eine Zeit lang. Jetzt sind das schon bald anderthalb Jahre. Und ja, im Moment bleibe ich noch dabei. Und ich habe tatsächlich jeden Tag Spaß daran. Also das kannte ich vorher so nicht, dass ich jeden Tag wieder hingehe und sage, ah, jetzt mache ich das. Genau. So, Octave ist gegründet. Du hast eine Beschäftigung jeden Tag. Was können wir als nächstes erwarten? Ja, also unser Konzept hier hinter ist ja der Glaube daran, dass Flugsimulation sehr gut für Training ist und um dabei zu bleiben. Und dass es sinnvoll ist, Instrumente aus dem Flugzeug auf den Schreibtisch zu übersetzen. Da gibt es noch ein paar weitere Themen, wo man das genau diese Philosophie anwenden kann, auch in der Flugsimulation, wo wir genau das tun wollen. Das sollte eigentlich schon Anfang des Jahres passieren, aber tatsächlich mit so einem Produkt wie diesem gab es da einfach noch ein paar Dinge zu optimieren, auszuräumen und für unsere Kunden gut zu machen. Jetzt sind wir über den Punkt hinaus. Wir haben erste Prototypen für neue Produkte. Das sind tatsächlich zwei, drei Ansätze, über die ich nicht zu viele Details verlieren werde, aber die sehr vielversprechend sind. Und da wird es hoffentlich dieses Jahr noch ein paar neue Dinge geben. Klingt interessant. Du hast uns gerade gesagt, dass du viele Tipps erhalten hast über diese Accelerator-Programme, bei der Versuch der ersten Startups gründen und so weiter. Welche Tipps könntest du unseren Zuschauern geben, die etwas Ähnliches wagen? Also vielleicht so ein paar Dinge, die wir auch schon so angerissen haben. Hier war es so, in meinem Freundeskreis, denke ich, sind viele aufgeschlossen für Gründungen, aber trotzdem war das immer so die Reaktion, das ist doch super nischig, was du da machst, du bist ja sicher. Und man unterschätzt einfach, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, wie viele man erreichen kann und was eigentlich ausreicht oder dass die Nische auch manchmal ein Vorteil sein kann. Darf vielleicht einfach ein bisschen mutiger sein. Dann, dass es unglaublich viel Wissen gibt, was man aber einfach nicht beherzigt. Also ich bin froh, dass wir ein paar Dinge beherzigt haben für die Crowdfunding-Kampagne, also Lead-Generierung vorher, solche Dinge, aber bei weitem nicht so weit, wie man das hätte machen können. Also da wäre einfach Leuten, die es schon mal gemacht haben, zuhören, wäre so viel sinnvoller gewesen. Das würde ich unbedingt tun. Und ja, das sind eigentlich die beiden wesentlichen Dinge. Und meine Erfahrung aus meiner ersten Gründung ist, also ich habe mich da ja kurzzeitig von der Luftfahrt in den Konzernen verabschiedet, habe das eine Zeitung gemacht, mich nochmal beworben. Ich glaube, es ist inzwischen nicht mehr so, dass man diesen lückenlosen Lebenslauf haben muss. Im Gegenteil, das war eigentlich gern gesehen, dass da jemand einfach was komplett anderes zwischendrin gemacht hat. Und letzte Frage natürlich ist, das Gerät ist entwickelt worden, steht auf dem Tisch, ja, und du wolltest damit fliegen lernen, instrumentierter fliegen lernen. Was ist dein Fazit? Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe Anfang des Jahres meine Instrumentenfluglizenz dann abgelegt. Danke sehr. War eine super Vorbereitung darauf. Ich habe jetzt angefangen für die Berufspilotendizenz zu lernen. Da gibt es dann, ja, gibt es sicher auch Themen am Simulator, aber da ist vor allen Dingen viel Theorie dabei. Also jemanden, der über einen Pilotenschein nachdenkt, kann ich das nur sehr ans Herz legen. Ich habe das schon ganz am Anfang für meine Sichtflugausbildung mal gemacht. Mein erster Soloflug war nach Freiburg und da war ich schon ein paar Mal nur nie ohne jemanden auf dem rechten Sitz. Ich habe mir das vorher am Simulator angeschaut. Die Landerichtung war umgekehrt zu der Richtung, die ich kannte. Der Anflug geht über die Stadt in Freiburg, über den Dom, über den Hauptbahnhof und dann zurück. Hätte ich das zum ersten Mal in der Realität gesehen, ich wäre, glaube ich, umgedreht oder schlimmer. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tool. Also ich bin da voll von überzeugt. Klasse. Vielen Dank für die Einsichten in die Welt von Hardware-Startup-Gründen und auch von der Welt von Flugsimmelstoren. Es war sehr spannend. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. So, das war es für diese Folge. Was haben wir gelernt? Wir Ingenieure sehen es als Pflicht und Privileg an, Probleme zu lösen. Aber nicht alles, was wir erfinden, hat geschäftlichen Erfolg. Es ist wichtig, Gleichgesinnte zu finden, um Hilfe zu bekommen, nach Rat zu fragen und finanzielle Unterstützung zu erhalten. Wenn das, was man erfunden hat, einer Gemeinschaft helfen soll, muss man sie auch fragen, ob sie die Lösung auch als Hilfe ansehen würden. Daraus lernt man, ob es Abnehmer geben wird und ob ein Geschäft darauf aufgebaut werden kann. Wenn nicht, kann man seine Erfindung einfach als Lernerfahrung verbuchen und gleich danach mit der nächsten Erfindung loslegen. Ein herzlichen Dank geht natürlich an meinen Gast Felix von Plewe für seine Einsichten in die Welt des Fliegens, der Flugsimilatoren und PC-Eingabegeräte. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meiner Gäste herzlich fürs Zuschauen bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.